mit der Falle ja alle die YouTube auch herzlich willkommen mittlerweile zwölften Part von Let's Play Daisy ja ja warte warte ich muss was trinken ja ich muss mich entschuldigen falls ihr immer noch denkt dass das ist das ist alles hier am Rauschen ist aber das liegt echt am Spiel das rauscht die ganze Zeit so ich kann ja mal vielleicht still sein obwohl ne bringt ja nichts dann hört ja wieder nur Rauschen aber es ist so das Spiel rauscht ziemlich stark weil man ist in der man es ist so zu sagen da verlassenen Welt da hat man nun mal nicht auf dieses Rauschen ja ja und ab und zu beantworten wie erlaubt war der Autos oder sonst was ich habe immer wieder vergessen den Timer zu stellen jetzt ist er ab so und war jetzt hat es wieder wir haben kurz ich habe mich nicht ich habe mich schon und ich habe mich schon wieder du Affe erzieht jemand auf dich Prozent 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 auf die Fresse Prozent 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 Ersteigungsbrecher Held Prozent 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 Alter, reicht. Ich seh gleich schon wieder grau. Mach mal die Hände nach oben. Mach mal Dance. Warte, welche Taste waren nochmal Hände nach oben? F2. Warte. Mach nochmal. Warte. Nein, Junge. Nicht mal der schlinke Finger. Junge, ich dachte schon, als er dich hingesessen hat, dass ich dich irgendwie kau geschlagen habe. Komm. Ich komme. Hier geht's raus aus dem Ort. Und hier ist der Weg, den ich meinte. Ah, okay. Dann hoch zum Airfield. Hoffentlich finden wir da schicke Empfehler. Da ist kein Airfield. Das dauert noch lange. Äh, was ist da dann? Gar nichts, aber hier muss man in Richtung hoch. Äh. Da kommen, wenn überhaupt, Städte. Kleinere Cities. Ich bin ja gespannt, ob wir irgendwann nochmal auf einen Spieler treffen werden. Ja, ja, dann werden wir den umnäten. Junge. Wow. Was war das? Dein Sack. Der klingt aber nicht so. Ja. Oder vielleicht doch. Äh. Ey, Junge, immer wenn das Spiel hakt, bleibt der irgendwie kurz stehen. Ja, bei mir auch die ganze Zeit. Das liegt aber am Server. Der ist die ganze Zeit am Legen. Warum sprintet mein Sack nicht? Ja, der will gerade auch nicht sprinten. Ich trinke mal einen Schluck. Ey, ich denke die ganze Zeit, Inventar wäre auf I, wie bei Starbound. Alter, hör doch auf. Hm, die Pipsi. Oh. Junge. Bist du bekloppt geworden? Bist du tot? Nein. Ich blute aber stark und sehe alles grau. Oh. Junge, habe ich einen Schreck bekommen. Warum schießt du auf mich? Ja, ich habe noch nicht mal was gedrückt. Der hat automatisch losgeschossen. Ich sehe kaum noch was, Alter. Alles grau. Dankeschön. Ja, Junge. Das war jetzt auch ein Unfall. Genauso wie bei dir vorher. Also komm runter. Junge, ich kann nicht... Du kannst froh sein, dass du wenigstens... Ich kann nicht mehr aufstehen. Jetzt. Ey, Junge. Nein, ich kann nicht mehr aufstehen. Ganz toll. Alter. Ich... Hey, leck mich doch. Fuck. Hast du Antibiotika? Ich guck mal. Äh, ich habe... Antibiotika, ja. Warte, ich meiste die hier hin. Bleib stehen. Alter, es klappt schon wieder gar nichts. Bleib stehen. Junge, sobald ich vorwärts gehen will... Ist schon wieder die englische Tastatur drin, oder was? Nein. Kann sein. Ist nicht. Bleib stehen. Bleib doch mal stehen. Dann werfe ich dir die Antibiotika dahin. Ja, ich kann ja nicht mal irgendwas wegwerfen. Server ist mega am Leggen. Glaube ich auch. Lass mal auf einen anderen gehen. Auf einen anderen Server? Ja. Ja, okay. Äh, beenden. Jungen, dann nehme ich die Knarre auf und plötzlich schießt er, ohne dass ich irgendeinen Scheiß drücke. Lass mal DayZ Germany Daylight 3 Hours Restart Regular gehen. Welcher? Warte. Warte. Ähm. Wo ist der? Der müsste beim Verlauf sein. DayZ Germany. Ich gehe da jetzt drauf, dann ist der vielleicht bei Freunde. Ja, okay. Mach. Jo, da ist der. Aber eil dich, Alter. Toll. Jetzt kann ich 156 Sekunden warten. Das Problem ist, dass man bei Fraps nicht die Aufnahme anhalten kann. Ja, ja. Ich kann auch 150 Sekunden warten. Toll. Klasse. Naja, was soll man sagen? Philipp. Der Amokläufer. Jungen, was ist das für ein Geräusch? Gott, was passiert jetzt schon wieder? Oh, Mann. DayZ ist in letzter Zeit echt am Rumspacken, meine lieben Freunde. Ja, 86, 85, 84. Und wir hören den lieben Philipp nicht mehr. Ja, das dürfte ich live miterleben, wie ich aufs... Mein Mikro war, was toll. Ja, fällt dir früh ein. Ja, Junge, das geht komischerweise immer irgendwie auf. Ich habe hier so einen kleinen Schalter unten. Und den dürfte eigentlich ohne weiteres gar nicht bewegt werden. Aber wie es aussieht, ist der wohl leicht zu bewegen. Ja. Klar. Tschö. Ja, also, super viel Spaß mit der neuen Aufnahme von Let's Play DayZ. Wie lange noch? Kein Plan. Bei mir sind es noch 50 Minuten, Sekunden. Ja, ich bin gerade hier im Internet. Aber was machst du im Internet? DayZ-Karte. Hör auf, mir zu schreiben. Ich schreibe dir nicht. Doch. Sicher? Junge, hör doch auf. 30 Sekunden. 25, 24, 23, 25. Die werden alle gerade gekickt. Alle werden überall vom Server gekickt, Alter. Sie hat gerade richtige Probleme im Moment. Ja, ja. Oder wir sind genau in der Zeit draufgekommen, wo die Server neu gestartet werden. Kann auch gut sein. Ja, ja. Und ich sag dir, ne? 10 Sekunden. Wenn du absichtlich auf mich geschossen hast, bringe ich dich um. Ich hab nicht absichtlich auf dich geschossen. So, ich bin wieder drauf. Ja, bei mir ist noch Please Wait. Toll, der Server ist am Abkampf. Wow. Ich hatte hier gerade irgend so ein Scheißgeräusch, als ob da irgendwas gerade rechts explodiert ist. Ja, wenigstens kannst du aufstehen. Ne, kann ich nicht. Ich kann ja nicht vorwärts rennen. Hä? Bei mir bist du gerade aufgestanden. Ja, ich kann ja auch aufstehen. Mehr nicht. Soweit ich vorwärts gehen will, legt er sich wieder hin. Guck. Okay. Kann ich jetzt wenigstens Antibiotika benutzen? Guck nach, ob du irgendwas aus dem Inventar weggehst. Ja, ich kann jetzt wenigstens Vitamintablet nehmen. Ah, okay. Dann geb ich dir gleich die Antibiotika. Gib die mir jetzt. Hier, warte. So. Die liegen da jetzt. Ob das was bringt, weiß ich nicht, aber... Ich stecke dich so lange mit der Sniper. Jo. Hä? Die Sniper hat ja irgendeine Art Laserpointer oder sowas. Ja, ja. Naja, kein Laserpointer, aber so ein roter Punkt. Alter, der will nicht aufstehen. Naja, dann gehen wir eben so weiter. Genau. Vielleicht wär's mal besser, wenn du irgendwas isst oder so. Vielleicht ist es dann besser. Ich kann's probieren. Ich hab übrigens kaum noch was zu essen. Hast du noch was? Ich hab noch 40% Reis... Äh... Ne, Thunfisch hab ich auch nicht mehr. Ah, die Bohnen sind ruiniert. Ah, ich hab aber noch 45% gebackene Bohnen. Die kann ich dir geben. Komplett die ruiniert. Ich hab gar nichts mehr zu essen. Jaja, warte. Ich leg dir hier jetzt die Bohnen hin. Äh, wo sind sie da? Wir müssen da jetzt gleich kommen. Junge, geh nicht so weit nach vorne. Die kommen da ja gleich. Alter, der bricht immer direkt wieder zusammen. Jaja, vermutlich musst du... Ich irgendwie da. Jetzt liegen die. Liegen die da? Nö. Doch. Bei mir schon. Bei mir liegen die da. Jetzt hinter dir. An deinem Fuß. Da, wo ich stehe jetzt. Siehst du? Du meinst, die Beckett Beans 75%, 45% noch? Ah, ne. Das sind die, äh, Dingens hier. Jaja, die... Ich kann die aber essen. Ja. Die meinte ich ja auch. Die hab ich dir ja extra dahin geworfen. Damit du die essen kannst. Warte, wir müssen was zu essen finden. Und ich muss wieder aufstehen können. Jaja, der muss sich jetzt vermutlich erstmal erholen. Sonst darf ich sterben. Fuck, Alter. Da schießt der Wichser aus irgendeinem Grund. Aber ich glaub, ich seh schon nicht mehr so verschwommen. Warum legt er sich hier mal hin, Alter? Was soll der Scheiß? Das kann nicht daran liegen. Ich hab bestimmt wieder die englische Tastatur oder sowas an. Guck nach. Ich steck dich so lange. Na, Junge. Ja. Hast du? Mach den kalt. Bin dabei. Scheiße, ich hab schon wieder Stand mit. Junge, genau jetzt muss der anfangen. Schon wieder Stand mit. Scheiße. Drei Zombies. Zwei sind schon dauernd. Boom. Weg mit denen. Komm, steh auf, Junge. Zack, jetzt vermutlich so, weil er jetzt erstmal die neue Stadt hier alles laden muss. Aber warte, da hinten kommt noch ein Zombie angelaufen. Junge, komm schon. Halt durch. Halt durch. Okay, der Zombie ist auch down. Das ist unlogisch. Ich kann aufstehen und während ich rennen will, legt er sich hin. Der muss sich vermutlich irgendwie erholen. Der kann wohl nicht normal gehen. Aber warum kann ich denn dann aufstehen? Ja, keine Ahnung. Oh, ich hab schon wieder ein Zombie gehört. Aber das nächste Mal kam der von irgendwo hierhin. Vermutlich hast du jetzt wieder so rumgestöhnt. Alter, so kann man doch nicht spielen. Fuck. Siehst du, jetzt stell dir mal vor, wir werden ja nicht zu zweit. Naja, die Folge ist jetzt auch zu Ende. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Was eine scheiß Folge. Tut mir sehr leid. Die war mal richtig fail. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020